Hallo und herzlich willkommen zurück zu The Witcher 3 und dem Beagle. Ich bin mal so ein bisschen die Questen alle durchgegangen. Ich war erst ein bisschen verwirrt, dass das nicht nach Level sortiert ist, sondern nach Orten. Ja, das heißt alle Novigrad-Questen sind unter Novigrad, alle WLAN-Questen sind unter WLAN-Grad. Das finde ich ein bisschen irritierend. Theoretisch könnten wir Träumen mit Novigrad machen. Ähm, praktisch können wir die hier noch lange nicht machen, das Skellige-Reisen. Aber sei es drum, das habe ich auch erst mal gar nicht vor, wenn ich ehrlich bin. Ich habe noch genug anderen Kram zu tun, weil mir alles aufgefallen. Ähm, für die sind wir theoretisch noch nicht zu stark. Wenn ich aber die anderen, für die ich stark genug bin, mache, sollte das kein Problem sein. Auch die Triss-Quest ist etwas, was wir erst machen können, weil wir weit genug sind, aber trotzdem. Ich habe theoretisch noch die fliegenden Fäuste offen, das wollte ich aber mal so für mich machen. Einfach um das weg zu haben, damit meine Quest, denkst du, nicht so elendig lang ist, wie es jetzt ist. Verteidiger des Glaubens können wir noch zu Ende machen. Level 10. Ich markiere mir das auch mal eben kurz. Die können wir noch nicht machen. Die Wahrheit steht hinter den Sternen, hat keine Angabe zur Quest. Könnte ich aber einfach mal machen, damit sie aus dem Dings raus ist. Aber erst, wenn wir Verteidiger des Glaubens durch haben. Dann haben wir auf der Fährte, dafür bin ich noch stark genug. Spielt auf, äh, ist an mehreren Orten zugleich. Okay. Eine schwarze Perle, noch nicht ganz. Ein flüchtiger Dieb bin ich auch noch nicht ganz stark genug. Das Bienenfantom, auch noch nicht. Aber ich hier Auftrag, Hanna, ach ja, Hanna aus den Wäldern. Wenn die müsste ich theoretisch mittlerweile stark genug sein, aber Erscheinungen sind immer so eine Sache bei mir. Ich bin irgendwie zu doof für Erscheinungen. Alles andere kriege ich hier wunderbar hin, aber keine Erscheinung. Das Ding aus dem Sumpf, dafür bin ich eigentlich auch schon stark genug. Gerade so. Das war's doch schon. Aber ihr seht, ein paar Nebenquesten und Hexeraufträge haben wir noch. Die ich auch gerne machen würde. Bevor ich dann, ähm, hoffentlich mit Level 16 nach Skellige mich aufmachen kann. Aber noch bin ich, also, noch haben wir einiges hier zu tun. Ich dachte, ich gebe euch mal einen Überblick. Ich hoffe, ihr konntet den Überblick sehen, obwohl ich eingeblendet bin. Weil ich ja hier alles einmal so, na, nicht so wirklich lang gegangen bin. Okay, ihr konntet es nicht richtig sehen. Aber ihr wisst jetzt Bescheid, Leute. So Weltkarte. Wo muss ich denn hier hin für die Quest? Irgendwo ganz nach hier unten. Wie irritiert ich war, als ich gemerkt habe, dass ich nicht alles sehen kann. Und wie, wie, wie schockiert ich war, wie voll diese Map ist. Ich dachte ja so, mein Gott, warum ist diese Map so leer? Monster-Neste, weil ich auch voll Bock habe, auf Monster-Neste zu gehen. Habe ich hier irgendwas in der Nähe, wo ich hinporten kann? Er nicht. Das hier ist das nächstgelegene. Wie, achso, ich kann Schnellreise nur von der Schnellreise aus machen. Scheiße. Da war ja was, Leute, da war ja was. Ähm, dann einmal hierhin zur Schnellreise, damit wir... Ich kann aber doch eine Markierung setzen. Spiel. Habe ich jetzt... Ich habe eine Markierung gesetzt. Ich dachte gerade schon, was will dieses Spiel von mir? Ich muss da nur hinfinden. Mal sehen, ob ich da hinfinde. Theoretisch sollte das... Theoretisch sollte das nicht schwer sein. Praktisch vermutlich schon. Wie ich mich kenne. Novi Grad ist einfach eine Stadt, in der ich mich niemals zurechtfinden würde. So einfach ist das. So, jetzt weg aus dieser grausigen Stadt. Zum Glück weiß ich vom lieben Tombola Rainer, dass das auch schon die größte Stadt in... Äh, schon ist gut, dass das die größte Stadt hier ist. Plütze. Plütze. Zack. Machen wir mal. Ich weiß, ich habe theoretisch noch unendlich viele Fragezeichen und dergleichen, die ich machen könnte. Aber bis jetzt erscheint es mir so, dass ich wirklich nur bei Questen Punkte kriege. Da ist ein Greif. Warum ist da ein Greif? Ich will nicht wissen, warum da ein Greif ist. Das ist nicht dein Tag. Doch, das ist dein Tag. Das ist dein Tag. Nein. Nein. Verpiefe dich. Geh weg von mir. Ey, der muss mich doch irgendwann mal vergessen haben. Und wo Gule sind, da sind Leichen nicht weit. Okay. Ei, ihr Benimmsels. Oh, die sind viel stärker als ich. Da muss ich aber mal verdammt gut ausweichen. Aber. Erstmal einen nach dem anderen. Erstmal einen nach dem anderen. Versuch's gar nicht erst, versuch's gar nicht erst. Aua. Einen nach dem anderen, einen nach dem anderen. Was? Nein, nein. Wo kommen die denn alle her? Aua. Aua, Aua, Aua. Aua. Ne, Schwalbe wollte ich nehmen, so. Aua. Ja, ich weiß, Totenkopf heißt, die sind viel stärker als ich. I know. Aber ich dachte, ich könnte. Aua. Ich geb dir gleich eins aufs Maul. Au. Mein armes Pferd kriegt schon Schiss. Aua. Reif mich nicht an, während ich mit deinem Kumpel beschäftigt bin. Dann stirbst du halt zuerst. Kein Thema. Und jetzt bist du dran. Ist da jemand? Ihr könnt rauskommen. Es ist wieder sicher. Ich weiß nicht. Ist das so? Was hab ich denn jetzt schon wieder? Gerald, was hast du in den Haaren drin? Ah, ein Hexer. Was ist passiert? Die Nilfgaarder haben hier geplündert. Nach Wertsachen gesucht. Als ob wir was hätten. Wer hat sie getötet? Ihr ja sicher nicht. Ich weiß nicht. Müssen die Bestien gewesen sein, die du abgeschlachtet hast. Die Sache stinkt. Und damit meine ich nicht die Leichen. So war es aber. Warum sich länger den Kopf zerbrechen? Ich werde bezahlt, damit ich mich umsehe. Und von wem? Das geht nur mich was an. Ich sehe mich um. Gebe mir lieber aus dem Weg. Okay, ich bin mal gespannt. Aber das war jetzt eigentlich nicht die Quest, die ich machen wollte. Ähm... Ist das ein Hexer-Auftrag? Sprich mit Bono. Nee. Nee. Ah, hier. Oh. Das ist sogar von der Quest. Oh, okay. Sorry, wenn ich das sag, aber ich hab da gar keinen Bock drauf. Die Kiefer sind so stark, dass sie die Rüstung zerdrückt haben. Okay. Na, wenn mir das... Oh, da ist noch irgendwas gewesen. Der Hund wurde von Ghoulen in Stücke gerissen. Die Soldaten sind aber anders gestorben. Mit großer Kraft auf den Boden geschleudert. Innere Blutungen. Der Geruch von Blut ist noch stark. Ich sollte ihm folgen. Oh, Geralt, ob das so eine gute Idee ist? Ich bin doch voll underleveled. Aber die möchte ich jetzt erstmal ausrauben. Na, ihr Pennensens, ihr... Geht mal aus dem Weg los. Ach, hier ist noch jemand drin. Er kotzt erstmal. Warum kotzt eigentlich jeder, wenn ich die Bühne betrete? Das gibt's doch nicht. Geralt sieht so gut aus. Kotzt man nicht. Dann bewundert man. Hier gibt es nichts. Ja. Die Spuren führen zu diesem Haus. Was ist hier passiert? Wie meinst du das? Ihr alle seid in Gefahr. Und nur ich kann euch helfen. Ich bin der Einzige, der diese Bedrohung beseitigen kann. Was weiß ich? Hör mal zu. Wenn du mir nicht alles sagst, was du weißt, könnt ihr alle sterben. Klar. Kannst du mit dieser Bürde leben? Unter dem Dorf gibt es Tunnel. Tunnel? Elfenruinen. Wir haben dort nach Schätzen gesucht und die dann an Händler aus Novigrad verkauft. Niemand hätte mit etwas Bösem gerechnet. Im Schutt haben wir eine Kammer gefunden mit einer schlafenden Bestie. Wir haben die Stützbalken zerstört, die Decke ist eingestürzt. Aber das Monster wurde nicht begraben. Wie sah das Monster aus? Es war so dunkel da unten. Ich konnte nichts sehen. Und wie hat es die Nilfgaarder umgebracht? Ich bin weggerannt. Ich hab's nicht gesehen. Gib mir den Schlüssel für die Tür. Du willst reingehen? Nein, ich will mir daraus eine Halskette basteln. Und jetzt her mit dem Schlüssel. Korrigiere mich, wenn ich falsch liege. Ihr habt euch zum Bau des Monsters gegraben und dann den Eingang verschüttet. Aber die Nilfgaarder haben ihn geöffnet und nach Schätzen gesucht. Das Monster hat die Schwarzen getötet und ist in seinen Bau zurück. Ihr wolltet die Leichen begraben, aber der Gestank hat die Gule ins Dorf gelockt. Stimmt das so? Ja, das war so, wie du sagst. Ich gehe runter. Wenn ich lange wegbleibe, lauft weg. Die Tür zu verrammeln, zuzunageln, nützt nichts. Es muss andere Wege aus den Tunneln geben. Na gut. Aber das mache ich noch nicht. Schon gar nicht, wenn das für Level 22 ist. Nur weil das mit den Gulen gut geklappt hat, heißt das nicht, dass der Rest auch gut klappen muss. Ey, Plötze, lass uns von hier verschwinden. Die sind eh sehr unruflich. Was man hier so alles findet, wenn man eigentlich nur von einem Greifen wegreiten möchte. Naja. Ah, in die Richtung muss ich. Der Greif hat mich ganz schön vom Weg abgebracht. Eine verlassene Stätte. Moment. Ist nicht das die verlassene Stätte? Wollt ihr mich trollen? Was ist die verlassene Stätte hier ran? Ah, okay. Warte mal, wo hier? Das ist doch nur ein Hase. Na? Götter? Die haben nichts damit zu tun. Wo ist er denn jetzt hingerannt? Na? Komm zu Papa. Komm zu Papa, hat er das gerade wirklich gesagt? Das hast du nicht ganz dafür gesagt. Ah. Nein! Nein, sagt er. Nein! Selbst schuld, ihr Lieben. Selbst schuld. Ein Monsterlager? Wo? Die haben ganz schön gearst mit den Leuten hier, wenn das ist. Hier ist ein Monsterlager. Ich dachte, wenn ich jetzt hier alles fein säuberlich sauber mache, dass dann Leute wieder hier hin können. Aber wenn hier ein Monsterlager mit dabei ist, ist das doch eher schlecht. Ich habe Draht gefunden, Leute. Naja, mir kann es egal sein. Hauptsache, ich kann wieder Diebische Elster spielen. Darin bin ich ja richtig gut geworden, in Diebische Elster spielen. Aber so richtig gut geworden. Nachdem ich am Anfang mega die Hemmungen hatte, kann mich jetzt nichts mehr aufhalten. Auch nur alles zu klauen, was nicht nirgelnagelfest ist. Also theoretisch, wenn ich denn was zum Klauen hätte. Ach, hi! Dein Arsch gehört mir! Ich war schon dabei, euer Dorf zu säubern. Was zum Teufel? Das ist nicht Teufel, das Hexer. Rache ich kalt, niederträchtiger Mutant. Niederträchtiger Mutant. Okay. Hat nicht so gut geklappt mit dem Kaltmachen, ne? Bitteschön, habt euer Dorf wieder. Gerold sieht zufrieden auf sein Werk. Uh, 120 ganze Punkte. Aber wo? Und 50 Kronen. War gut, ne? Hier war ich doch schon. Ich will da vorne hin. Da waren die Leichen. Sind die Leichen etwa weg? Nein. Aber das ist ein Händler. Na mal. Sind so viele Einzelteile. Es sind nur noch so wenig Einzelteile von den Banditen über, dass ich nicht mehr dazu komme, auch nur irgendwas mit denen zu machen. Wenn ich je einen Sohn kriege, nenne ich ihn Geralt. Das ist nett. Ja. Ist ein guter Name. Machst du auch nichts für das? Was? Ich finde gut, dass sie das alles sagen, während ich sie... Versuchen sie alle zu gewinnen. Aber das schaffst du nicht. Was? Was labert ihr für'n Scheiß? Seid lieber froh... Ich wollte kurz ein bisschen... Ich wollte eigentlich meditieren, aber... So, damit meine Schwalbe wieder voll ist. Jetzt, wo ich raus hab, wie das mit dem Meditieren und alles geht... Das ist mir sowas von scheißegal, was bei euch angekommen ist und was nicht. Solange die Regale voll bestückt sind und ich die beklauen kann... Gipse ich se eine Fuchse. Ja, eine Fuchse. Wie das Tier. Nicht wie andere schlimme Wörter, die man daraus machen kann. Wenn ihr was Schlimmes darin gehört habt, dann weiß ich auch nicht. Füchse sind tolle Tiere. So nämlich. So, und gleich geh ich... Oh, was haben wir denn hier? Irgendein Kraut. Das kann nicht schaden, Kräuter einzusammeln. War ich schon in dieser Hütte? War ich auch schon. Na gut, dann geh ich mal zu dem Händler. Wir haben jetzt eh nur noch drei Minuten. Haben exakt gar nichts geschafft von dem, was ich eigentlich vorher hatte. Klassiker. Sei gegrüßt! Ich würde mir gerne deine Waren ansehen. So, was hast du denn? Du hast ja einen Scheiß. Du hast einen Scheiß. Du hast... Das ist ein Scheiß. Das kannst du haben. Das kannst du haben. Das kannst du haben. Das kannst du auch haben. Das... 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 Die will er nicht haben. Okay, das ist verständlich. Die sind schlechter als meine. Noch schlechter als meine. Wie sind's noch irgendwas? Wenn er noch genug Kohle hat. Ah, die muss ich eintauschen. Nein, komm, geh doch nicht dahin zurück. Er hat keine Kohle mehr. Das schafft er aber noch. Das auch. Irgendwas mit einem. Komm, ich will dir dein letztes Geld auch noch abnehmen. Bitteschön. Was ist denn jetzt noch? Ah, hier, diese Blümchen hier, bräuch ich. Oder waren's die hier? Nee, ich glaub, es war nicht die Pusteblume, die ich brauchte für mein alchemistisches Zeug hier. Warte mal. 40. Ich hab 40 davon. Also es ist die, die ich brauche. Gut. Leb wohl. Leb wohl. Oh, ich fühl mich so heldenhaft, Leute. Krass. Ey, Plütze. Will ich wissen, wie du hinter mich gekommen bist? Warum bleibst du an diesem Baum, hängt Plütze? Ich bin ja dafür, dich nicht anzuschnauzen, so wie Geralt das immer macht. Aber trotzdem. Benimm dich doch, Mensch. Okay, ich sehe, es lohnt sich vielleicht doch, die Fragezeichen abzugrasen, aber ob ich das jetzt im Sinne eines Let's Plays mache, das weiß ich noch nicht. Oh. Seid ihr diejenigen, die ihn wählen, die Schreine zerstören? Was hast du damit zu tun? Was habt ihr damit zu tun? Sie, wir sind Verkündiger des Blitzes und ein schwerer Tropfen aus der Wolke. Dieser Blitz aber heißt Übermensch. Die Leute hier meinen, die Götter seien unzufrieden. Habt ihr keine Angst vor ihrem Zorn? Vor dem Zorn der Götter? Die Götter sind tot. Wir vernichten nur ihre verrottenden Überreste. Die sterbende Glut schädlichen Aberglaubens. Toll. Tut mir trotzdem einen Gefallen. Räumt hinter euch auf. Dann geht dahin, wo ihr hergekommen seid und vernichtet dort diese sterbende Glut. Religion ist nur eine Droge für die Massen. Die Götter sind tot. So spricht Meister Friedrich von Ochsenfurt. Die einfachen Leute fürchten die Religion und die Priester, nicht die Götter. Und die Angst hält sie in den Fesseln der Unwissenheit. Wir brauchen eine neue Moral oder gar keine Moral mehr. Also Leute, ich bin ja generell einverstanden damit zu sagen, ich glaube es bescheuert, aber zwischen neuer Moral und gar keine Moral mehr haben, ist schon ein leichter Unterschied, ne? Diese kleine Vorstellung ist zwar amüsant, aber mir wird langweilig. Verschwindet und kommt nicht wieder. Oder was? Oder ich verpfeife euch bei der Rektorin. Repression! Schnappt euch den Systemlakaien! Systemlakaien? Sag mal, was bist du für Querdenker? Hier ist das ganz schön unfair mit so vielen Leuten. Aua! Alter, ich schlag dir so die Fresse ein. So. Wie hat Geralt die denn jetzt totgeprügelt? Ich hab doch... Oder raube ich die gerade einfach nur so aus? Ich meine, ich will es nicht ausschließen. Kann gut sein. Kann ich die Statue... Nein. Sie sind ja angeblich nicht tot, habe ich mir sagen. Ja, Entschuldigung Leute, aber ergreift diesen Systemling. Also da bin ich schon mal raus. Da bin ich schon mal komplett raus. Was machen wir denn jetzt noch? Wir haben... Auf der Fährte haben wir noch. Wir haben aber noch Hexeraufträge. Ah, Moment, ich geh mal nach da unten, damit ihr das auch seht. Also wie gesagt, Tanda in den Wäldern möchte ich noch nicht machen. Aus den Wäldern, sorry. Das Ding aus dem Sumpf könnte ich machen. Die könnt ihr gerade nicht sehen, weil ich davor bin. Ein flüchtiger Dieb würde auch noch gehen. Ich glaube, das probiere ich aus. Das ist ab zwölf. Und dann könnten wir überlegen, ob wir auf der Fährte machen könnten. Na gut. Ihr Lieben, ich finde, das war doch eine vergleichsweise interessante Folge. Ich gebe mir Weltkarte. Es sind so viele Fragezeichen da und ich frage mich jetzt natürlich, wenn dieses Fragezeichen schon so unglaublich gut war. Was hinter den anderen Fragezeichen steckt? Vielleicht grase ich zumindest hier in der Umgebung mal die Fragezeichen so ein bisschen ab. Ich würde es, wie gesagt, nur ungern als Let's Play machen, weil das ist wie mit Assassin's Creed. Es sind einfach zu viele Fragezeichen und teilweise vermutlich auch nicht interessant. Sollte was Interessantes da sein, werde ich natürlich sofort meine Kamera anmachen und ihr werdet es sehen. Aber das sehe ich dann ja halt auch erst, wenn ich dahin geritten bin. Ansonsten, wie gesagt, bleibt es dabei, dass wir das Ding aus dem Sumpf nächstes Mal machen. Ich wünsche euch einen wunderschönen guten Tag und haut rein.